Hallo, willkommen zur nächtlichen Röhrenstunde oder wie 1979 Howard Carpendale gesungen hat, nachts, wenn alles schläft. Im letzten Video ging es um die F443N, eine frühe europäische Leistungspenthode von Philips, welche eine Anodenverlustleistung von ca. 25 Watt hatte. Diese wurde 1933 entwickelt, war aber ein auf Deutsch dicker Brummer und in der Zwischenzeit wurden auch weitere Röhrentypen entwickelt bis hin zur allzeit bekannten EL34 und der Weg dorthin wird es kurz beschrieben. Unter anderem gab es 1938 die amerikanische 6L6, das ist diese Röhre. 1936 gab es in Europa die AL4 eL4 mit 9 Watt Verlustleistung. Die 6L6 hatte bereits 18 Watt Anodenverlustleistung. Die Europäer haben dann aufgeholt 1938 mit der EL6 bzw. AL6, die bereits ebenfalls 18 Watt Verlustleistung hatte. Das ist diese Röhre. Dann ging es dann später weiter mit der EL60 1947. 1949 kam die EL34 und 1950 kam die Erweiterung der 6L6, die 6L6GC mit 30 Watt Anodenverlustleistung. Und die Röhre gucken wir uns erstmal im Detail an. Ich habe eine Röhre übersprungen, nämlich die AL4, welche 1936, 1935 auf den Markt kam mit 9 Watt Anodenverlustleistung. Es war damals auch relativ starke Röhre. Wie gesagt 1938 kam die EL6. Ich habe nur die EL6 Spezial. Die hat bereits hohe Ähnlichkeiten mit der EL34 und EL60. Ist auch konstruktiv sehr gleich. Diese wurde ebenfalls von Philips produziert. Auffällig ist natürlich die Kühlfahnen für das Steuergitter. Und die Röhre ist noch als reguläre Pentode ausgelegt. Also so wie man sich eine Pentode vorstellt, also eine Röhre allgemein vorstellt mit einem gewickelten Steuergitter bzw. Bremsgitter. Das hatte aber ein kleines Problem, das wahrscheinlich von Philips verursacht worden ist. So sieht eine Pentode geöffnet aus. Das hier ist jetzt eine EL84. Diese ist durchgeschlagen, weil sie mit Vakuum, ein Vakuumfehler betrieben wurde. Das ist übrigens das Ergebnis von meinem Neuberger. Die Spuren der Kathodenbeschichtung sind die Einschläge der Entladungen. Also die Kathodenbeschichtung wurde regelrecht weggesprengt. Und man sieht hier, die Steuergitter sind alle gleich ausgelegt. Also als konventionelles Gitter. In der Seitenansicht sieht das Ganze so aus. Das äußerste Gitter ist das Bremsgitter. Das zweite Gitter ist das Schirmgitter. Und das eng anliegende Gitter ist das Steuergitter. Das Problem ist aber, Philips hatte ein Patent auf die Pentode, also auf diese Bauform. Und RCA war das zu heiß bzw. sie wollten Geld sparen, keine Ahnung. Und dort hat man ein anderes Konzept ausgedacht, nämlich die Powerbeam-Tetode. Eine der bekannteren Röhren dafür ist unter anderem, also die, die ich jetzt hier als Demonstrationshabe. Mit Brille wird das nicht passiert. Ne, das ist ja nicht. Nehmen wir mal die. Die 6BQ6, das ist eine Horizontalablenkung für Fernseher. Und diese habe ich auch kaputt. Und dort sieht man sehr schön den Aufbau des Systems. Also hier das Weiße ist die Kathode. Man sieht die zwei Steuergitter, die auch konventionell gewickelt sind. Als Wickelung, also als Spule mehr oder weniger. Aber das Bremsgitter ist kein Bremsgitter, sondern ist nur noch ein gestanztes Blech. Und dieses wurde als Powerbeam-Tetode bezeichnet. Und RCA hat Wert darauf gelegt, dass das Wort Tetode drin vorkommt, um zu verhindern, dass Philipp sich angegriffen fühlt und irgendwelche Patentrechte Geld macht, weil eine Pentode verbaut wurde. Oder als Pentode das bezeichnet wird. Deshalb waren die Leistungspentoden immer eine Powerbeam-Tetode. Oder wie es im Amtsdeutsch heißt, eine Strahlbündeltetrode. Der sonstige Aufbau ist immer gleich. Also die Steuergitter sind mit einer Kühlfahne versehen. Die Anode ist geschwärzt, um eine bessere Wärmeableitung per Radiationskühlung zu gewährleisten. Diese Röhre ist jetzt von Sylvania produziert und dient jetzt nur als Beispiel, wie eine Powerbeam-Tetrode aufgebaut ist. Weil 1933 wurde die 6L6 entwickelt. Das ist eine der bekanntesten Powerbeam-Tetroden. Nehmen wir mal diese lang. Und man sieht auch im Schaltbild, dass das Bremsgitter ist jetzt hier als Spalt dargestellt, sagen wir es mal so, und nicht mehr als Gitter im herkömmlichen Sinn. Die 6L6 gibt es nur im Pseudo. Ich stelle gerade fest, die habe ich hier vergessen. Die gibt es nur im Pseudo-Metallkasten. Insofern habe ich jetzt keine Bilder von den Innereien. Das ist die 6L6. Und diese hat 18 Watt Anodenverlustleistung geschafft. Wurde wie gesagt 1936 entwickelt. Ein Jahr vorher wurde die europäische AL4-EL4 entwickelt. Ungefähr 1935 mit 9 Watt Anodenverlustleistung. Und ein Jahr später gab es die, wie schon gesagt, die EL6 bzw. AL6 mit 18 Watt Anodenverlustleistung. Die Bilder habe ich gerade gezeigt. Und dann war längere Zeit ein bisschen Ruhe, auch wahrscheinlich kriegsbedingt. Und 1947 ging es dann mit der Produktion weiter. Nämlich mit der EL60 von Philips. Die EL60 war eine Leistungspenthode. Und sie hatte einen 9-poligen Loktalsockel. Und zwar aus dem Grund, da die maximale Anodenspannung 800 Volt betrug, war die Gefahr eines Überschlags im Sockel etwas hoch, weil der Oktalsockel ein bisschen enger war. Und da ist wohl die Wahl auf den 9-poligen Loktalsockel gefallen. Zum einen war er billig zu produzieren, weil Loktalröhren sind Altglasröhren mit einem Pressglas-Teller. Also kein Gefädel mehr wie beim Oktalsockel. Aber das Problem bei dieser Sockel ist von der Industrie nicht angenommen worden. Und im Datenblatt steht nur weiter, für alle weiteren Daten, siehe die EL34. Der Grund ist der, die EL34 ist eine EL60 nur im Oktalsockel. Es ist exakt dasselbe Röhrensystem. Und das kann man auch... Ich mache mal die Bilder vorbereitet. Nehmen wir mal die. Und das ist jetzt die EL60 auf der rechten Seite, gelogen die linke Seite, mit der EL34 auf der rechten Seite. Und man sieht, diese Röhren sehen sich verdammt ähnlich. Sie sind es auch, weil es ist dasselbe Röhrensystem. Außer, dass die EL34 in einen Oktalsockel verpasst wurde, mit der identischen Pinbelegung wie die 6L6. Dann schauen wir uns mal die Röhren noch im Detail an. Wie schon vorhin gesagt, die relativ großen Kühlfahnen für die Steuergitter. Weil die Steuergitter liegen natürlich direkt an der Kathode und werden natürlich sehr warm durch die Kathodenheizung. Und die Stege sind noch aus Kupfer, um eine gute Wärmeableitung zu gewährleisten. Und die Röhren selbst haben entsprechend große Kühlfahne, um über Radiationskühlung die Abwärme loszuwerden. Die Anodenbleche sind ebenfalls graffitisiert, um eine bessere Wärmeableitung gewährleisten zu können. Diese sind punktgeschweißt. Das ist eine Seitenansicht. Man sieht hier besser die kupfernen Stege für das Steuergitter. Die beiden Kühlbleche. Hier ist die Gettabpfanne. Das ist das Kathodenröhrchen. Das hier ist eine Seitenansicht. Man sieht hier das erste Steuergitter. Das Schirmgitter. Das Schirmgitter. Hier ist noch ein bisschen die Gettabpfanne zu sehen. Die Röhre ist, wie gesagt, oben sehr starke Gettart. Insofern sehe ich, kann ich das System von oben nicht zeigen. Hier ist nochmal ein Blick in die Kathode. Die Kathode ist übrigens als Oval-Kathode ausgelegt. Also es ist kein klassisches Röhrchen mehr, sondern halt ein Oval. Weil dort auch eine bessere Emission möglich ist. Weil natürlich die Fläche hier an der Seite mit der Oxidbeschichtung belegt ist. Und die Ränder dieses Ovals sind nicht beschichtet. Weil dort macht eine Emission auch keinen Sinn. Weil dort wird der Elektronenstrahl direkt auf die Steuergitter prallen. Und somit eh reflektiert werden. Also abgelenkt werden. Insofern macht es hier auch keinen Sinn. Und halt die Beschichtung der Kathode ist nur auf der vorderen Front. Das war auch die konstruktive Änderung von der EL3 zur EL3N. Der einzigste Unterschied war die Ovalform der Kathode. Die Systemhalterung ist wie immer mit Klima ausgelegt. Das ist ein Blick von unten auf die Halterung des Getters. Das ist ein Blick ins untere System. Also in der Befestigung. Und das ist der besagte 9-polige Loktalsockel. Wie gesagt, als Pressteller ist dieser ausgelegt. Es gibt keine Handvertrautung mehr vom Quetschfuß zu den einzelnen Stiften. Sondern die Stifte werden direkt mit dem Röhrensystem konnektiert. Was natürlich eine wesentlich günstigere Produktion ermöglicht hat. Das ist der 9-polige Loktal von unten. Und nochmal von der Seite. Er sieht fast identisch aus wie der 8-polige. Das ist die zweite, die ich habe. Und nochmal im Vergleich die EL34. Da muss ich jetzt fast keine Bilder mehr zeigen. Weil der Aufbau ist fast identisch zur EL60. Weil wie gesagt, das ist das exakt selbe Röhrensystem. Auch eine Variante von Valvo. Und wie gesagt, das ist dieselbe Röhre. Nur halt mit einem Oktalsockel. Der hier ist jetzt auch als Pressglasteller ausgelegt. Das ist eine neuere Produktion. Eine andere Bauform der EL34 von Telefunken ist, müsste der hier sein. Genau. Das ist eine Telefunken-Bauform vom Telefunkenwerk Ulm mit dem berühmt-berüchtigten Doppelgetter. Da müsste man jetzt den alten Ebay-Spruch mit Spitze irgendwie nachvertonen mit Doppelgetter. Weil das ist auch ein Preistreiber aus irgendwelchem Grund. Man sieht, der Aufbau ist ähnlich, aber die Fahnen sind ein bisschen anders montiert. Also die Kühlbleche für die Steuergitter. Die Seitenansicht. Auch hier ist die Röhre mit Klimmang aufgebaut, also die Systemhalterung selbst. Das ist nochmal ein Blick auf die beiden Gätterringe. Ein Sammler wollte mir ein Pärchen mit diesem Doppelgetter EL34er anbieten. Das Pärchen für 1200 Euro plus Versandkosten. Ungeprüft. Also ich weiß nicht, wer solche Preise bezahlt, aber sie werden bezahlt. Das ist nochmal eine Detailaufnahme der Kühlfahnen für das Steuergitter in der Telefunken-Variante. Und das ist nochmal eine Großaufnahme von einem Gätterring. Auch hier sieht man die Ovalform der Kathode. Und die Kupfernen-Stege für das Steuergitter. Das ist der Sockel. Und das ist die schon gezeigte Balbo-Variante. Gut, damit wären jetzt die... Ach, das habe ich vergessen. 1950 wurde, wie gesagt, die 6L6 auf den Markt gebracht von RCA. Und die 6L6CGC hat, wie gesagt, 30 Watt Anodenverlustleistung. Ist also eine konstruktive Erweiterung. Weil im amerikanischen System bezeichnet die Zusatzbezeichnung A, B oder C jeweils eine Iteration in der Entwicklung. Und C wäre jetzt die dritte Variante. Der Hersteller ist unbekannt. Also Standardbrand war ein Reseller. Die Röhre ist übrigens aus meiner Saarbrücker Sammlung. Also somit stand relativ lang in meinem Besitz. Man sieht, das ist noch eine konventionell gebaute Röhre. Also mit Quetschfuß, Pumpstutzen und den Drähten, die vom Quetschfuß in den Sockel gehen und dort von Hand verdrahtet wurden. Das hier ist eine Seitenansicht. Man zieht ja, wie gesagt, die einzelnen Drähte, die runtergehen in den Quetschfuß. Das war ja der große Nachteil des Oktalsockels, dass die Drähte halt immer von Hand eingefädelt werden mussten. Bei der Produktion, wenn die Röhre selbst mit dem Sockel verbunden wurde, also verlötet wurde. Während natürlich die späteren Pressglasröhren das Problem nicht mehr hatten, weil dann der Röhrensockel, wie bei den Novalröhren, dann direkt mit dem System verbunden wurde und kein Drahtgas mehr da war. Das ist nochmal eine Detailaufnahme des Systems. Hier sind die beiden Heizer, das ist das Kathodenröhrchen, das ist das Steuergitter, das Schirmgitter und hier ist das Bremsgitter bzw. das Blech für das Bremsgitter. Ganz außen ist die Anode, hier ist der Pumpstutzen, das hier ist nochmal eine Detailaufnahme und ein kleiner Einblick in das System. Also hier ist das Schirmgitter, hier sieht man das Steuergitter, das hier ist das Bremsgitter, also das Bremsgitterblech, sagen wir es mal so. Hier ist die Getupfanne. Jetzt noch mal ein bisschen besserer Blick in das System. Schirmgitter, Entschuldigung, Bremsgitter, Schirmgitter, hier ist das Steuergitter. Hier sieht man einen Zipfel vom Heizer, das ist die Kühlfahne für das Steuergitter. Hier ist das Schirmgitter, das ist das Bremsgitter. Von der Seite, man sieht auch hier ist das, ist der Haltesteg für das Steuergitter aus Kupfer, zur besseren Wärmeabführung. Und so sieht das Ganze von oben aus. So, jetzt am Schluss tun wir noch die EEL60 und die EEL34 auf dem Neuberger vergleichen. Und da sieht man auch, dass beide Röhren de facto dasselbe System haben. Es ist drei Uhr neununddreißig. Es ist immer noch der sechste, zehnte, nachts. Und wir beginnen mit der Gegenüberstellung auf dem Neuberger mit der EEL60 auf der linken Seite und der EEL34. Nach den Messdaten der EEL34, welche mit 6,3 Volt bei 1,5 Ampere geheizt wird. Mein Neuberger verfügt über eine neunpolige Loktal-Fassung. Diese wurde wahrscheinlich nachträglich installiert von einem der Vorbesitzer, nämlich der Bundesbahnversuchsanstalt in Minden, da der neunpolige Loktal-Sockel unter anderem für Industrieröhren benutzt wurde. Und auch aufgrund der ungewöhnlichen Farbe gehe ich davon aus, dass er nachträglich installiert wurde. Genauso wie auch nachträglich der Noval-Sockel und der Magnoval-Sockel ausgetauscht wurde. Aber das ist jetzt nur eine Seitenbemerkung. Wir beginnen mit der EEL60. Der Loktal-Sockel ist immer so ein bisschen komisch, weil man keinen definierten Einsteckpunkt hat. Das betrifft sowohl den neunpoligen als auch den konventionellen achtpoligen. Nämlich den hier. Darum hat sich der Loktal-Sockel auch nicht wirklich durchgesetzt. Beziehungsweise wurde nur mit viel Aua akzeptiert. Aber das ist auch kein anderes Thema. Müssen wir erstmals jetzt den Neuberger beschalten. Die Grundbeschaltung ist wie immer, Messmodus VW, Verstärkerröhre, XX, 300 mA, Messbereich mit Amperemeter. Und ich brauche auf die Heizung, auf die Stiften 1 und 9. Also 1 und 9 ist die Heizung. Die Kathode ist auf Stift Nummer 8. Die Kathode ist auf Stift Nummer 8. Das erste Steuergitter ist auf Stift Nummer 7. Und das Steuergitter ist negativ. Das Steuergitter 2, also das Schutzgitter, ist auf Stift Nummer 6. Und das ist positiv. Und zu guter Letzt das Steuergitter 3. Das Bremsgitter, beziehungsweise das Bremsblech. Das liegt auf Kathodenpotenzial. Und ist auf Stift Nummer 2. Das heißt, Stift Nummer 2 belege ich auch zur Kathode. Und zuletzt bleibt noch die Anode über. Die ist auf Stift Nummer 3. Da es sich bei der EL60 und EL34 um dieselbe Röhre handelt, nutze ich die Messdaten von Telefunken für die EL34. Nämlich eine Anodenspannung von 250 Volt. Kommt Fokus. Eine Spannung des Schirmgitters von 265 Volt. Und eine Spannung von minus 13,5 Volt im Steuergitter. Das Ganze sollte einen Anodenstrom von 100 mA ergeben. Und das stellen wir jetzt mal ein. So, alle Kontrollen sind auf 0. Wir fangen an mit der Heizspannung. Im 6,3 Volt Bereich. Da jetzt die Spannung sowieso einbrechen wird, da 1,5 Ampere Strom fließt, mache ich jetzt eine Grobregelung. Ich stelle das Steuergitter in den 50 Volt Bereich. Die 50 Volt Skala ist jetzt die oberste Skala. Und ich stelle ein 13,5 Volt. Versuche mal möglichst exakt anzustellen. Man merkt, dass in Positionen, die am Potti sehr oft eingestellt wurden, weil der Stift nicht exakt zu positionieren ist. Gut, das Steuergitter. Entschuldigung, das Bremsgitter. Das Schutzgitter. Nein, Gott. Nachts gehe ich in den 300 Volt Bereich. Die Skala ist der 500 Volt Bereich. Also die obere Skala in diesem Fall. Wenn der Fokus mitspielt. Es ist nicht der obere, sondern die zweite von oben. Ist dann zu hoch. Ich gehe jetzt zurück auf den 250 Volt Bereich. Die Skala ist immer noch im 500 Volt Bereich. Also die zweite von oben. Ich versuche jetzt die 265 möglichst exakt zu treffen. 60. 65. Okay. Und für die Anode brauchen wir 250 Volt. Da bin ich jetzt auch im 500 Volt Bereich. Da brauche ich jetzt keine exakte Einstellung, weil gleich fließen 100 mA Strom. Das muss ich eh nachregeln. Insofern können wir mal kurz hier bleiben. Jetzt ist erstmal die Frage, ob die Röhre überhaupt funktioniert. Das heißt, ich prüfe jetzt in den Karton Modus. Das heißt, ich habe keinen Kurzschluss. Die Röhre beginnt zu heizen. Jetzt muss ich natürlich die Heizspannung nachkorrigieren. Wenn der Fokus mitspielt. 6,3 Volt. Und sie die Röhre heizt. Für die Nachtschwärmer das Ganze im Nachtbild. Damit kurz die Rampelmeter ausmachen. So. So. Es gibt keinen Kurzschluss. Und zur Anode gibt es keinen Kurzschluss. Dann. Auf geht's. So. Die Röhre scheint zu funktionieren. Es fließt Strom. Natürlich sind jetzt die Spannungen eingebrochen. Ich regle jetzt mal zuerst die Schirmgitterspannung nach. 65. Und ich brauche die 250 Volt. die Anode. Da bin ich knapp drunter. Gehe in den nächsten höheren Bereich. Nämlich 300 Volt. Ich habe jetzt die 250 Volt. Ich muss nochmal die Schirmgitterspannung nachregeln. 255 Volt. Die Spannungen stimmen jetzt alle. Und die Röhre liefert knapp 89 Milliampere. Dann tun wir nochmal die Schirmgitter. Jetzt tun wir nochmal die Schirmgitter. Ich tun wir nochmal die Schirmgitterspannung nachgültigen. 13,5 Volt Steuergitter kontrollieren. Wie gesagt, ich bin im 50 Volt Bereich, das ist die obere Skala, ich habe ein bisschen nachjustiert und habe 90 knapp 90,9 mA Anodestrom. Gut, damit würde ich sagen, funktioniert die Röhre, ich lasse jetzt exakt dieselben Einstellungen stehen und schalte jetzt den, ui, die Röhre wird heiß, sehr heiß und belege jetzt den Neuberger um für die EL34. Dort ist die Heizung ist wie gesagt wie immer bei oder fast immer bei den Oktalröhren auf 2 und 7, die Kathode ist auf Stift Nummer 8, das erste Steuergitter ist auf Stift Nummer 5, das ist Gitter 1, negativ, Gitter 2 ist auf Stift Nummer 4, Stift Nummer 2 ist positiv, Stift Nummer 3 ist ebenfalls, Entschuldigung, das dritte Steuergitter ist auf Stift Nummer 1, ebenfalls auf Kathodenpotenzial und zuletzt die Anode ist auf Stift Nummer 3. So, ich hoffe, die EL64 ist jetzt nicht kalt genug, das heißt, muss ich jetzt gerade mit einem Schnupstuch nachhelfen. So, ich hole da nicht weg. Ich hole da nicht weg. passiert. Die Einstellung muss sich jetzt nicht ändern, weil die Röhre ist de facto dieselbe. Das ist das Röhrensystem. Das heißt, wir können jetzt direkt zur Prüfung schreiten. Die Heizspannung muss nicht korrigiert werden, weil wie gesagt es ist 1,5 Ampere. Die Heizspannung muss nicht mehr auszupassen. Die Heizspannung muss nicht mehr auszupassen. Ich habe 62 mA. Kontrollieren wir nochmal die Spannungen. Gitter Spannung, also Gitter 1 ist korrekt. Gitter 2 sollte 2,65 mA. Anode 2,50 mA. 5,50 mA. 1,50 mA. 5,50 mA. Jetzt in dem 500 V-Bereich. Ein bisschen so hoch. So, zu 50. So, um es möglichst exakt anzustellen. So, 65 stimmt auch und die Röhre liefert 63,8 mA, ist somit nicht mehr ganz jungfräulich. Sie sollte 100 mA liefern. Einspannung stimmt. Die EL34 ist etwas unspektakulärer als die EL60. Die Vergleichsbilder im Dunkeln mit. Das stimmt. 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 Ja, was gibt es jetzt noch zu sagen. Eigentlich nichts mehr. Ich kann noch einen Spoiler machen für die nächste Woche. Nämlich dieses habe ich von einem anderen Sammler übernommen und in dem Paket enthalten ist eine RGN 4004, eine AS 1005 und eine RV 335 plus eine Überraschung und das Paket wird Ihnen am nächsten Freitag geöffnet. Und dann schauen wir mal was drin ist und ob es den Trip mit dem Paket, den es mit drei Buchstaben überlebt hat. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit, wie immer ein etwas chaotisches Video und bis bald. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.